Ja, herzlich willkommen zum Fall des Monats November 2017. Ein Fall, den ich zusammen mit dem Zahntechnikermeister Gianluigi Milza gemacht habe. Und man sieht in diesem Fall, wie wichtig tatsächlich ein guter Zahntechniker ist. Deswegen auch der Titel, ein guter Zahntechniker ist Gold wert. Wir sehen hier die Ausgangssituation einer jungen Dame, die natürlich mit der Zahntechnik, die sie erhalten hat, nicht ganz zufrieden war. Sie hatte bei einem Kollegen insgesamt vier Einzelkronen in der Front erhalten und war natürlich mit Länge und Texturenform nicht einverstanden. Was wir dann gemacht haben, ist natürlich, wie man sieht, Fotos von Ausgangssituationen, Abformen, Oberkiefer und Unterkiefer für Modelle und ein Wax-Up. Und dann haben wir einfach die Situation abgenommen, präpariert, abgeformt, die Farbe genommen natürlich als allererstes. Und dann, zwei Wochen später, bekommt sie dann schon die neuen Kronen. Und hier sieht man gar nicht so viel von der Arbeit des Zahnärztes, sondern wirklich passt ausschließlich die Arbeit des Zahntechnikers, wo man wunderschön sehen kann, dass Farbe, Textur und so weiter viel besser passt. Und wir haben zusätzlich noch an 1, 3 und 2, 3 Add-on-Veneers gemacht, einfach um das Lachen etwas gleichmäßiger zu gestalten. Was man vielleicht noch hätte machen können, wäre, den 2, 1 ein bisschen kürzen und eventuell den natürlichen Zahn 2, 3 etwas kürzen. Aber die Patientin war durchaus mit ihrem Lachen so zufrieden. Und wenn man hier die Ausgangssituation sieht und die finale Situation, kann man ganz eindeutig erkennen, welchen Fortschritt wir gemacht haben, allein durch die Arbeit des Zahntechnikers. Also vielen Dank an Gianluigi Melizza und vielen Dank an Sie fürs Zuhören.